Welche Helligkeitsstufe habe ich eigentlich gerade? Ja, ne, ist klar. Deswegen habe ich den auch nicht gesehen. Ich mache das nämlich jetzt mal so. Ja, so. Wisst ihr was? So kann ich das, äh, dann auch machen. Ich glaube, so ist das ein ganz großer, ganz guter Kompromiss. Wann ich auch sehe, was ich mache, jetzt die Umgebung um mich herum. Ich mache da noch. Auf welcher Stufe bin ich jetzt? Drei. Minus 210? Ne, 34. Ich weiß es nicht. Na mit. Na mit, das gibt es hier umsonst. Lasst mich. Lasst mich. Oh Gott. Ja, hm, du mich auch. Scheiße, da müssen wir gar nicht hin. 49, 47, wir müssen weiter runter. Aber ich will mir das Eisen kurz noch holen. Ah, erschreckt mich doch nicht so. Oh, ich habe das hier alles mal noch viel zu laut auf meinen Kopfhörern. Wir müssen, glaube ich, da lang, oder? Müssen wir da lang? Ich glaube, wir müssen da lang. Wir müssen da lang. Um wieder hochzukommen. Weil wir wollen ja weiter runter. Wir graben uns mal... Jetzt haut doch mal ab. Geht's hier weiter runter? Hier geht's mal weiter runter. Die Suche nach Redstone blieb bislang erfolglos. Tapfer machte sich unser Held weiter. Seinen Weg entlang. Level 28 Schon bald würde er die gewünschte Höhe erreicht haben. Um dann siegreich von dannen zu ziehen. 23 Unser Held macht keine Anzeichen, dass er müde ist. Frust gibt's auch noch nicht. Jetzt hau doch mal ab. Doch er würde es schaffen, sein Redstone zu finden. Und wenn es ewig dauern würde... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist hier denn? Mein FPS da ist plötzlich auf 90 hochgegangen. Was ist da? Ach du Scheiße. Man sieht's bestimmt. Entschuldigung, ich muss ganz kurz mal... Ich will jetzt nicht überrascht werden. Äh. Hey, 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 hallo? Was ist denn hier los? Ne, nein, nur die... Keine Diamanten. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Aha. Aha. Konkowah. Konkowah hier. Eh. Hello. Okay, wo sind... 14, wir sind gleich da Geht's hier jetzt noch... Sollen wir jetzt noch weiter runter? Wir gehen mal noch weiter runter Ach So So, ja Ich wollte jetzt schon gerade sagen, da ist schon wieder die nächste Höhle, aber... Ist ja nicht so Let's down, wir sind schon da 6 Hier müssten wir jetzt 5 bis 12, ne? Aber nochmal hier wieder Ach, jetzt ist er hier schon wieder ausge... Wieso geht der denn hier andauernd aus? Soll er doch gar nicht So So 5 bis 12 So, wir sind jetzt 6 Wir gehen mal hier hin und graben uns mal rein Da haben wir Eisen Da, Redstone Geil Gefunden Okay Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren Über uns Und da haben wir Gold Gut Was wir auch mal mitnehmen Geil Es geht mal vorwärts Ich find das so genial Ich find das so genial gerade Oh, ich könnte das ewig feiern Endlos feiern Aber wir haben jetzt auch nur noch eine Spitzhacke Das heißt, wir müssen jetzt hier unten ein bisschen vorsichtiger sein Aber dann müssen wir definitiv nach oben Und ja, ich weiß den wem noch Kommt zu mir So, es geht weiter Alter 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 Also die Musik passt auf jeden Fall gerade Muss ich mal sagen Jetzt ist Es kann doch wieder Jetzt ist mir das egal Wie viel haben wir? 61 schon Alter, wie krass Ich habe ihn nicht Ich gehe wieder Cyclicht Ich Acht. So, ich glaube, großartig kommt da jetzt nichts mehr. Schade eigentlich. Ich halte einfach nur noch mit der Spitzhack da drauf. Ach, da haben wir noch. Sehr gut. Können wir nicht mehr aufsammeln. Was brauchen wir nicht? So, ich glaube, das reicht auch erstmal. So. Ah, come. So. Es geht weiter hoch. So. Das hätten wir. Alter. Ach, schön. Ja. So. So. Jetzt geht auch meine FPS-Zahl wieder etwas runter. Ach, geil. Schön. Schön, schön. So. Ah. Ach. Scheiß, Madmos, ey. Ich bin gerade total angespannt und dann kommt da der Madmos und brezelt mir da ein. Schlafen kann ich nicht. Doch, ich kann nur schlafen. Gut. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, dann ist auch gut. Hi, 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 hi. So. Das, was ich jetzt als allererstes mache. Ich möchte erst mal den Stein mitlegen, aber erst als allererstes. Ich lege hier erstmal Krempel ab. Ich glaube, das ist ganz gut. nein das eisenerz bleibt hier dass das 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 normaler stein habe ich ja auch noch gut das reichte für das erste jetzt habe ich jetzt habe ich hier sortiert gut in ordnung ich glaube das war dann hallo kompass schön dich zu sehen alte socke so was nehmen wir mit für eine reihe für die ich habe ich ja auch noch habe ich gar keine brote gemacht ich voll dapp so